Wie du als Handwerker eine Million Euro Umsatz im Jahr machst. Darum soll es jetzt hier gehen. Wenn du bereits eine Million machst, dann natürlich auch, wie du mehr machen kannst. Das ist auch klar. Wir haben hier in diesem Video für dich die Sachen mitgebracht, die das Ganze halt bedingen. Und am Ende auch noch einen Hack, mit dem du auf jeden Fall deutlich schneller auf dieses Niveau kommst. Ja, innerhalb von ein paar Monaten sogar erreichen kannst, wenn du fleißig bist und Gas gibst. Ja, viel Spaß dabei, würde ich sagen. Ja, diese eine Million im Jahr ist ja so eine magische Zahl. Eine Million ist natürlich ein Unterschied, ob Umsatz oder eine Million tatsächlich ein Gewinn. Und selbst wenn eine Million gewinnt, ist man auch kein Millionär, weil er Steuern auch noch kommen. Das ist, denke ich, alles klar. Trotzdem ist es eine Zahl, wo man sagen muss, die meisten Unternehmen erreichen die niemals. Also es gibt Statistiken, die besagen, dass ungefähr 90 Prozent der Unternehmen da draußen unter, jetzt muss ich überlegen, wie es richtig ist, unter einer Million im Jahr sind. Also mal vom Gefühl her. Das heißt, wenn du die eine Million geknackt hast, dann machst du, bist du schon bei den Top 10 Prozent der Unternehmen in Deutschland. Einfach mal vom Gefühl her. So, was ist eine Million im Jahr? Das ist eine Menge Geld, klar. Das sind vor allem auch 83.000 Euro im Monat. Vielleicht mal so runterzurechnen. Sowas kann schon mal helfen. Also im Endeffekt geht es darum, 83.000 Euro, klar für 1.000, für Kilo, pro Monat zu machen. Und damit kommst du dann auf diese eine Million eben. Und wir wollen uns jetzt mal gemeinsam anschauen, was die Hebel sind, um genau diese Grenze hier auch irgendwo zu erreichen und zu beschreiten. Marvin, ich würde mal nicht übergeben. Ja, genau. Also um im Prinzip 83.000 oder 84.000 irgendwie, um das jeden Monat zu machen, um diese, also im Endeffekt in jedem Geschäftsmodell ist immer gleich. Um den Umsatz zu steigern, hast du eigentlich nur drei Faktoren, die davon abhängig sind, ob dein Umsatz steigt oder nicht. Und der erste wichtige Faktor ist natürlich die Anzahl der Kunden. Also wie viele Kunden, also wie viele Menschen kannst du überzeugen, bei dir zu buchen. Und diese Kennzahl, die kann man natürlich beeinflussen. Die kann man beeinflussen durch auch wieder mehrere Faktoren, nämlich durch die Anzahl der Kundenanfragen, durch die Verkaufsquote, durch die Abschlussquote. Und das sind eigentlich die beiden Hauptkennzahlen. Also wie viele Anfragen hast du und wie viele davon kaufen. Das heißt, du musst dir erstmal anschauen, wie sind dort deine beiden Kennzahlen. Also bekommst du genug Kundenanfragen und ist deine Abschlussquote gut genug. Und da hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also das kann man natürlich dann nur in Kombination mit den anderen Kennzahlen beurteilen, ob das genug ist oder zu wenig. Aber das ist erstmal wichtig zu wissen für dich. Eben diese beiden Kennzahlen musst du für die Anzahl der Kunden im Blick behalten. Wie viele Kundenanfragen bekommst du und wie ist deine Abschlussquote. Und das kannst du natürlich beeinflussen in Kundenanfragen. Hauptsächlich natürlich durch Werbung kannst du das beeinflussen. Wie viele Leute werden auf dich aufmerksam, wie viele Leute melden sich bei dir. Und nur dann hast du ja die Gelegenheit, auch ein Beratungsgespräch durchzuführen und deine Abschlussquote dann auch zu verbessern. Deine Abschlussquote kannst du verbessern, indem du natürlich besser wirst in der Präsentation deiner Dienstleistung, deinem Produkt. Oder eben auch deine Angebote besser verfasst und so weiter und so fort. Aber auch in deinem Marketing zum Beispiel Kundenstimmen auf deiner Webseite hast oder gute Google-Bewertungen und so weiter und so fort. Also das erstmal sozusagen zum Grundkonzept. Wir gehen jetzt einmal die verschiedenen Kennzahlen durch und dann am Ende auch noch, wie du es dann schaffst, eben auf diese Schwelle zu kommen. So, also Kennzahl Nummer 1, Anzahl der Kunden und die wiederum bricht sich runter in die Anzahl der Anfragen und deine Abschlussquote. Punkt Nummer 2, wie du eben deinen Umsatz steigern kannst, ist der durchschnittliche Auftragswert. Ja, ich kann jetzt natürlich, ja um diese 83.000, 84.000 Euro im Monat zu bekommen, kann ich 8 Kunden zu je 10.000 Euro abschließen. Ich kann aber auch 4 Kunden zu je 20.000 und ein bisschen mehr. Oder 1 zu 80.000. Genau, also 80.000, genau, abschließen und dementsprechend ist natürlich der Auftragswert, also die Höhe deiner Verkäufe ist natürlich auch extrem ausschlaggebend. Da hängt es natürlich immer davon ab, welche Art von Produkten bietet man an, in welchem Segment ist man auch unterwegs. Und du musst halt folgendem Fehler vermeiden, weil viele versuchen die Anzahl der Kunden hochzubekommen, indem sie dann zum Beispiel ihre Standards senken, was aber bedeutet, dass der Auftragswert mitsinkt. Wenn du sagst, okay, ich habe aktuell, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal 5 Kunden im Monat, wo jeder mal, sagen wir jetzt einfach mal 15.000 investiert, dann bin ich bei 75.000 im Monat. Dann sagst du, ich möchte keine 5 Kunden, ich möchte auf 7 Kunden kommen. Jetzt kommst du auf deine 7 Kunden, aber irgendwie investiert jeder nur noch 12.000. So, jetzt können wir kurz rechnen. Na gut, dann wärst du sogar relativ präzise an den 84.000 dran. Machen wir mal das Beispiel anders, machen wir einfach mal, ist ja nur noch 10.000. So, jetzt mal ein bisschen extrem gedacht, im Schnitt. Na, dann bist du plötzlich noch bei 70.000. Sowas kann tatsächlich mal passieren, dass man mit solchen Maßnahmen, man das halt nicht schlau genug plant und nicht vorweg schon alles auf dem Schirm an solche Themen, dann tatsächlich mal sinkt. Wenn man plötzlich seine Standards sinkt und vielleicht die 5.15 gekauft hätten, dann plötzlich auch nur noch was für 10 verkauft, weil man die anderen beiden auch was für 10 verkaufen wollte, die halt jetzt da sind. Und das kann halt ganz schnell auch mal in die falsche Richtung gehen. Also, wenn du diese eine Zahl hier erhöhst, soll diese andere Zahl mindestens mal gleich bleiben. Na, ist klar, wenn du mit 7.000 mal 15, brauche nicht drüber reden, dann bist du über 70.000, 105.000 wäre das sogar. Das wäre natürlich super. 105.000. Das wäre natürlich ein sehr wünschenswertes Ziel. Aber das ist einfach mal vom Gefühl her, du siehst, also man muss aufpassen, wenn sich dieser Wert hier zu sehr, ja, wenn es das gemeinsam irgendwo beeinflusst, dann kann es halt schnell sein, dass am Ende eine geringere Zahl dasteht als davor dasteht, mit weniger Gründen. Genau, das zum Auftragswert. Genau. Und der dritte wichtige Punkt ist natürlich auch noch die Auftragshäufigkeit. Also, wie häufig kaufen zum Beispiel Leute bei dir nochmal was Neues, buchen zum Beispiel nochmal neu deine Dienstleistung oder was zusätzlich auch, zusätzliche Zusatzprodukte zum Beispiel. Wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel eine Terrassenüberdachung verkaufst, kaufen die Leute dann auch noch die Senkrechtmarkise mit dazu oder noch die normale Markise oder irgendwelche Heizstrahler noch mit dabei und so weiter. Also, da wie häufig kriege ich noch zusätzliche Aufträge dazu, damit kann ich auch noch den Umsatz steigern. Genau. Ja, man kann quasi das davor auch sagen, nicht nur Auftragshäufigkeit, sondern auch Kundenwert dahinter. Wenn ich es halt schaffe, dass der Kunde neben der Küche vielleicht auch noch eine Autoküche kauft, dann habe ich wirklich meinen Auftragswert, meinen Kundenwert quasi, mehr als verdoppelt wahrscheinlich. Ja. Oder wenn ich da raus noch verkaufe, dann kaufe ich noch Fenster und Türen dazu. Und hier sind wir jetzt direkt auch an der Stelle, ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt so eine Sache, die man machen kann, wo man direkt das Exorbitant erhöht und das ist wirklich, einfach mal Bestandskunden anzurufen. Weil viele erwarten immer hier, die Leute kommen dann selber auf mich zu, aber das ist relativ unwahrscheinlich. Also klar, es passiert, es passiert auch oft, die Leute auf dich zukommen, weil die es gut finden, was du gemacht hast. Das passiert genauso oft, mindestens wenn nicht häufiger, dass Leute, die es eigentlich noch was bei dir kaufen können, nicht auf dich zukommen, weil sie nicht wissen, dass es das gibt, weil sie dich vielleicht vergessen haben nach der Zeit, weil vielleicht irgendeine andere Werbebotschaft gerade mehr lächelt. Und das ist halt sehr schade, weil du dadurch halt locker mal, ich würde sagen, von den Bestandskundenumsätzen, die du jetzt schon gerade machst, über Empfehlungen und über, ich sag mal, Kunden aus der Vergangenheit, die nochmal kaufen, locker nochmal das Doppelte bis Dreifache machen könntest. Wenn du das alleine jetzt mal noch draufrechnest, den Umsatz, den du jetzt machst, die meisten machen ja 70% über Bestandskunden und Empfehlungen. Wenn du da einfach nochmal das Doppelte bis Dreifache draufrechnen kannst, weil du wirklich jeden regelmäßig anrufst, dann bist du ganz schnell bei der Million, egal wo du jetzt gerade stehst. Man muss natürlich auch arbeiten können, das ist auch klar, die Kapazitäten müssen auch kommen. Es gibt auch genug Videos auf den Kanal, wie du ein Mitarbeiter rankommst, das ist auch klar, anderes Thema jetzt. Aber letzten Endes kannst du das halt beeinflussen, das ist kein Zufall, wie oft sie bei dir kaufen. Wenn du die Person anrufst, dann hast du da einfach einen Schlüssel in der Hand dafür. Das ist auch der Hauptschlüssel, den wir dir hier erstmal mitgeben wollen. Die anderen Themen können wir gerne in der Beratung nochmal gesondert betrachten, weil da muss man wirklich vorsichtig sein. Vorne, wir haben es oft genug erlebt, da wurde der Auftragswert auch mal viel höher, dafür gab es halt noch eineinhalb so viele Kunden und der hat es aber nicht verdoppelt, der wurde nur höher. Und plötzlich geht weniger Umsatz am Ende. Also da muss man wirklich aufpassen, was der Maßnahme an der Macht. Auftragswert muss am besten gleich bleiben, nur leicht sinkt maximal und die Auftragsanzahl muss sich massiv steigern oder eben Auftragswert steigert sich massiv bei gleicher Auftragsanzahl. Das ist auch in Ordnung. Ansonsten denke ich, da haben wir einige Sachen dabei. Wer dazu noch Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, wie gesagt, wenn du dazu beraten möchtest, wir bieten da kostenfreie Beratungen an. Genau da, dir mal zu zeigen, was dein ideale Weg nach unserer Erfahrung ideal ist. Natürlich immer irgendwo auch subjektiv tatsächlich, zumindest am Anfang, am Ergebnis gemessen noch nicht mehr. Was der wahrscheinlich ideale Weg sein kann, für dich können wir dir gerne mitgeben. Und ansonsten sprechen wir uns, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.